Das Möbelprogramm Planeo bietet mit seinen vielfältigen Modulen das passende für jedes Büro. So können Sie zwischen Regal- und Schrankelementen wählen, die Sie in zwei breiten und unterschiedlichen Höhen erhalten. Die Türen sind nicht nur abschließbar, dank der eingebauten Dämpfung schließen Sie auch leise. Ein optionales Element sind die Schubkästen. Für jedes der Regal-Elemente gibt es die passenden Schubladen. So können Sie frei wählen, wie Sie diese positionieren. Mit dem Hängeregistraturauszug haben Sie schnell Zugriff auf Ihre Unterlagen und diese sind stets ordentlich aufbewahrt. Die Regal-Elemente bieten mit ihrer Nutztiefe von 37,5 cm besonders viel Platz. Die durchgefärbten PP-Kanten und melaninharzbeschichteten Oberflächen sind besonders strapazierfähig und kratzfest. Und die hochwertigen Aluminiumgriffe sorgen für eine edle Optik. Ein weiteres Element des Möbelprogramms ist der Schiebetürenschrank. Dieser bietet viel Stauraum und mit dem passenden Aufsatz können Sie diesen sogar noch erweitern. Und dank dem eingebauten Schloss können Sie die Türen bei Bedarf abschließen. Das Möbelprogramm Planeo bietet Ihnen auch eine Auswahl an passenden Schreibtischen. Diese erhalten Sie in vier Dekoren und zwei Gestellfarben. Welche Kombination Sie wählen, bleibt Ihnen überlassen. Der Schreibtisch mit T-Fußgestell ist ohne Werkzeug von 62 bis 86 cm Höhen verstellbar. Besonders praktisch ist auch das Anbauteil mit eingebautem Steharbeitsplatz. Dieses Modul ermöglicht Ihnen, dank der integrierten Schublade bequem Besprechungen abzuhalten oder im Stehen zu arbeiten. Zu den Schreibtischen gibt es auch die passenden Stand- und Rollcontainer. Richten auch Sie Ihr Büro mit dem Möbelprogramm Planeo ein. Wählen Sie dabei zwischen den Farben Alpinweiß Beton, Anthrazit Alpinweiß, Alpinweiß und Office Grau.